Hey Leute, ich bin's MacPepery. Heute zeige ich euch mal, wie ihr euch gebrannte Mandeln ganz einfach selbst machen könnt. Ich habe das ja schon mal in der Mikrowelle gemacht. Jetzt mache ich es hier mal im Kochtopf für alle die, die keine Mikrowelle haben. So, ich habe dazu einmal hier 5 Esslöffel Zucker, 2 Teelöffel Zimt und 200 Gramm Mandeln sowie 100 Milliliter. Wasser. So, dann geben wir zuerst die 100 Milliliter Wasser dazu. Jetzt kommt Zucker dazu und Zimt. So, nun bringe ich das hier zum Kochen, rühre das Ganze erstmal um und dann warte ich, bis es aufkocht. So, wenn es anfängt zu kochen, dann kommen die Mandeln dazu. Und jetzt heißt es rühren, rühren, rühren. So langsam ist das Wasser jetzt hier verdampft und der Zucker karamellisiert. Und jetzt ist es ganz wichtig, immer schön weiter rühren. Ja, und wenn das Ganze dann hier karamellisiert, dann nehmt ihr es runter. So muss das aussehen. Und dann gebt ihr die Mandeln einfach zum Trocknen hier auf Backpapier. Dann könnt ihr sie trocknen und ausschieben. So, während ich jetzt das Video hier für euch schneide, lasse ich mir die Mandeln mal schmecken. Die sind wirklich sehr lecker. Die schmecken genauso gut wie die, die ich mal in der Mikrowelle gemacht habe. Das Video verlinke ich euch auch noch hier. Ja, ansonsten wollte ich euch noch sagen, ihr müsst halt schnell vorgehen, wenn es anfängt zu karamellisieren. Schnell runter die Mandeln vom Herd. Ich habe ca. 12 Minuten gebraucht, bis es soweit war. Wenn euer Topf jetzt auch noch angebrannt sein sollte, verlinke ich euch hier auch nochmal ein Video, wie ihr den Spielen sauber bekommt. Und ansonsten würde ich mich für einen Daumen nach oben freuen. Wer will, kann mich gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis zum nächsten Mal. Euer Max, Pepperegg.